Jetzt werde ich richtig sauer. Meine ultimative Fähigkeit wird sie vernichten, oder auch nicht. Jetzt bist du auf meiner Ignor-Liste. Hör auf zu fäden. Alles verläuft nach meinem Plan. Tower-Dive-In. Wir müssen Tower-Dive-In. Meine Meister-Taktiken werden siegen. Werde Zeuge meines überlegenen Spielstils. Nun seht und lernt aus meinen Zügen, so wie ich von Freak gelernt habe. Fühlt sich gut an. So gefädet. Fast wie die von Riot, als sie mich geschaffen haben. Hier ist YetiBot. Willkommen zum Champion Spotlight mit Nono, präsentiert von YetiBot. Los jetzt. Willst du mich verkohlen? Ich werde sie mit meiner Entscheidung überraschen. Ich muss schnell denken und handeln. Ich habe da so ein mieses Gefühl. Mann, bin ich gut. Ich stoße einfach vor und zeige, wie mutig ich bin. Bots sind nicht Bots überlegen. Sagt halt Mrs. an. Das ist konstruktive Kritik. Köstlich. Lecker. Bei unserem ersten Treffen war ich der Bot. Jetzt bin ich der Super-Bot. Jetzt seht ihr, was passiert, wenn ihr meine überlegenen Pläne befolgt. Ha 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 ha.